Das schaut ganz eindeutig so aus, als ob da irgendwer mit dem Messer rumgestochen hat. Aber nicht von innen, dass er den Zapfen nicht weggebracht hat, sondern von außen. Das sieht man an die Spuren. Und da sieht man es genauso gut. Ganz ehrlich, das ist nicht mehr feierlich. Safe Proofwood. Don't zerwerge Abzweigdosen.